Eine heutige Weihnachtssendung kommt aus einem besonders geschichtsträchtigen Ort, und zwar aus dem Hotel Löwe in Moulenz, wo man ganz neuen Glanz erstrahlt. Das auch dank diesen wunderbaren Möbeln. Über diese reden wir natürlich unter anderem in unserer Sendung. Mein Osttisch-Kurinz-Är, da wird Les Lingues in la Valle-sur-Seise, da wird der Tourisme und da wird der Futur in der Valle. Und natürlich fehlt uns die Danze, die Musik, die uns in besonderen Momenten, die dieses Natale unterstützen. Feiern Sie also zusammen mit uns Weihnachten in Moulenz auf TV Südostschweiz.